So Leute, Match 2. Ups, noch Sound eben angewiesen. Das wollte ich ja nicht. So, sollen wir mal machen. Ich hab wieder meinen Spy gelegt. So, jetzt greift er wieder mit irgendeinem Jorak an. Nicht, okay. Okay. So, jetzt hier. Na, ne Lila, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, Lila. Kommt da was? Perfekt. Ziele ich auf die. Befindet sich dort. Okay. Dann wollen wir den mal gleich entsorgen. Wend-Effekt. Und da, Wend. Ich zieh zwei. Ja, von oben! Ohohoho. Alter, das ist ja geil gerade. Na, dann ne Starlight-Draw. Nein! Geil! Das ist ja wohl mal geil gerade, ey. So. Effekt. Aber gleich die nächste Karte. Das, das wäre un, ein unglücklicher Draw gewesen. So. Dann mach ich da draus wieder ein Arcanite. Ich hab er in der Death mit. Perfekt. Ey, das frisst, ey. Das Stack ist so gut. Ich hab er in der Death mit. Hm? Merkt da was? So, okay Der Durchkampfzerstelle Ja, das wäre unsinnig Wegen 1400 Angerüstpunkten Den in eine ATK zu setzen Sag ich ganz ehrlich, so wie das Das ist gut Das ist echt cool Okay Dann machen wir nochmal Und dann kann ich ihn gleich recyceln Mit Wend Der wieder Wend-Effekt Ich schicke den auf den Grave Und ziehe zwei nach Der BLS Sehr nice Oh, geil So, zwei, vier Sehr schön Breaker, Angriff Jetzt fehlt nur noch meine Miracle Synchrofusion Materialien habe ich auch ordentlich Spy und Lila einfach entfernen Gut ist Weil ich noch eine Miracle habe Habe ich sogar dafür was Sag vor Kaios Ja, das wäre eigentlich Gar nicht mal unsinnvoll Ja, machen wir mal Effekt Ey, der muss sich hier richtig getrollt Schüge gerade Ey, Let's Trolling Ist das echt Okay Normal hatte ich schon Nee, möchte ich jetzt nicht Warte mal Wenn das klappt Dann kann ich mir Eventuell Locomotion Nächste Runde holen Ich muss mal kurz gucken Muss das Monster FaceUp sein? Da muss ein FaceUp Monster sein Aber egal Das ist nicht so schlimm Locomotion ist einfach Der Der Gamebreaker Einfach mal Okay Okay Okay, da muss ich jetzt Wieder ein bisschen Vorsichtiger sein Mh Habe ich noch einen Spy? Nee, schade Ach, die habe ich ja beide Auf der Hand Idiot Na gut Greife ich mal an Seht ihr Wie ich ihm einfach mal Die Karten raub Sicher Grave So, den Effekt kann ich jetzt Natürlich nicht machen Eventuell, wenn ich einen Pot ziehe Aber ich werde eh teilweise Nächste Runde Einiges entfernen Jetzt opfert der den Oder Ja, oder so No Effekt Okay Das coole ist der Arcanite Magician Also das Synchro Monster Jetzt Das kann nicht gebottomless werden Das ist das geniale Bei So, okay Eins Macht er was? Nee Ich hoffe, ich Habe ich da noch einen? Greif uns Nee, ich habe noch Ich habe noch Ein Zeichen Commander So Warte mal, das sind Ja, das passt jetzt Arcanite Perfekt Dort So Warte mal, wenn Ja, okay So, dann Licht Und Dunkelheit BLS Und Game, würde ich sagen Genau 3,7 Ne, ich bin ja gerade echt Mit dem Schlitten gefahren Ja, BLS kann auch mal Angreifen Mein Freund Also ich, ich muss sagen Zu BLS Sage ich ja an dieser Stelle Nochmal Ich, ich habe ihn Ich habe ihn wirklich gehasst Ich habe ihn wirklich gehasst Vor einigen Wochen, Monaten Whatever Weil immer, wenn diese Wenn dieses Monster Aus das Feld kommt War das ein Auto Loose für mich Sage ich so, wie es ist Aber er ist einfach Zu gut, dass man ihn nicht spielt Es ist, es ist einfach so Kann ich jetzt Wirklich nicht großartig Was noch zu sagen Mal gucken Was hätten wir dann als nächstes gezogen Okay, noch eine leider Wieder noch Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Also, bis dann Und ciao So Vielen Dank.